Ich grüße dich von Herzen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Daniel Janang und das Licht der göttlichen Mutter wird jetzt in jedem Individuum und im Kollektiv als Ganzes entzündet. Indem jeder Einzelne jetzt das innere Mutterlicht entzündet, Männer wie auch Frauen, folgt jeder jetzt seiner Bestimmung, der Christwerdung in seiner ganz eigenen Geburt. Heute, am Samstag, den 16. Juli 2022, möchte ich dir gerne eine Botschaft von Lady Morgaine am Morgen weiterreichen. Lady Morgaine Ich bin Lady Morgaine. Ich zeige dir die Flamme meiner Seele und im Anlitz dieser Flamme schaue ich dich an. Ich trage diesen Feuerring um mich herum, den du jetzt auch bei dir aktiviert hast. Dieser Ring des Feuers ist ein großer Schutz. Es ist das heilige, göttliche Feuer und verbrennt jegliche Angriffe, das Dunkle in den niederen Schichten. Es sind nicht nur Angriffe, es sind unbewusste Anteile, unbewusste Seelen, unbewusste Worte und Gedanken. Dieser Ring aktiviert gleichzeitig die göttliche Kraft in dir, den heiligen göttlichen Mut. Lade dazu die dreifaltige Flamme ein, die göttliche Weisheit, göttliche Liebe und göttliche Kraft und deren Engel und Meister. Ich trage das Schwert mit mir, welches sich durch die dunkelsten Dornen und Schichten bewegt. Ich zerschneide die letzten Dornen. Ich habe diesen Mut in mir und dieses Vertrauen in mir, weil ich an das heilige, göttliche Feuer angebunden bin. Diese unermessliche Kraft entwickelte ich aus all der Wut, all den Widerständen. Denn ich sah das Licht. Ich sah die Veränderungen. Und ich sah diesen Weg. Ich sah jedes Mal den Weg. Doch wenige, nur wenige folgten mir. Diese Kraft war auch in Janda Arc. Die weibliche Urkraft, die weibliche Göttinnenkraft. Wir rodeten das Land in Avalon. Und wir beseitigten jegliche Strömungen von Macht, Gier und Ausbeutung. Wir waren und sind immer mit diesem göttlichen Strom der dreifaltigen Flamme verbunden. Deshalb konnten wir niemals ausgerottet werden, niemals verbrannt werden und niemals wirklich getötet werden. Diese dreifaltige Flamme entzündet sich jetzt in sehr vielen Menschen, wahren Seelen wieder neu. Dies ist wahrhaftig für die neue Zeit auf der Erde ein Durchbruch. Und diese wahren göttlichen Seelen, diese wahren Menschen, die ihren göttlichen Seelen funken, jetzt wieder in sich selbst entzünden und sich ganz verbinden mit dieser reinsten, lichtvollsten Essenz in sich selbst, unterstütze ich mit meinem Schwert der Liebe, der Wahrhaftigkeit, der Kraft und des Mutes. So lade mich jeden Tag ein, neu in dein Leben. Wir werden uns vereinen und wir werden gemeinsam nun das Feld bereinigen. Alles entsteht aus der Liebe. Alles entsteht aus diesem heiligen Feuer. Entzünde dieses Feuer nun in dir. Stehe auf und sprich die Wahrheit aus. Stehe auf in einer Klarheit, voller innerer Demut und doch mit dem Willen, die Dornen des Dunklen zu durchbrechen. Fühle diese Macht in dir. Am Ende folgst du damit deinem Herzen und dem Licht. Folgst du damit dem tiefen Wunsch, deine innerste Wahrhaftigkeit wieder erblühen zu lassen. Stärke dich in deinem inneren Kern. Lasse dein diamantenes Licht leuchten. Dies ist die Schönheit deiner Seele. Dies ist die Schwingung und der Klang deiner Seele. Des Liebeslicht, das du bist. Lady Morgaine, die ich bin. Nichts kann dich mehr aufhalten. Ich danke dir. Lady Morgaine, die du bist. Und du bist. Die Schwingung und der Krang deiner Seele. Die Schwingung und der Krang deiner Seele. Nichts kann dich mehr aufhalten. Die Schwingung und der Klinge. Sie ist die Schwingung, die du bist. Die Schwingung und der Krang deiner Seele. Auch diese Schwingung und der Krang. die du bist. Tschüss. Und du bist.